ungehörig schön die lust etwas verboten ist zu tun zuerst wird sie im büro aufgehalten dann gerät sie auf der heimfahrt in einen verkehrsstau währenddessen muss die junge angestellte so dringend pinkeln dass sie es kaum mehr aushält zu hause ist unglücklicherweise das bad besetzt was zu einem nassen unfall und einer neuen anregenden erfahrung führt diese und noch viele lustvolle geschichten mehr findest du frei zum lesen auf unserer homepage edition-aurum.de